das klappt so heißt man gibt ja okay aber man könnte morgen ein bisschen stechen achtung dass wir jetzt etwas wehtun was zum teufel erklär mir was da gerade passiert ist das sollte man lieber dein blut auf antikörper testen das haben sie schon öfter als ich ertragen konnte was machst du da die daten sind weg welche daten ihre daten die blut und genomanalyse alles was wir zur herstellung eines impfstoffs nein alles was ich brauche um meine 50 millionen zu kriegen also los supergar fangen wir an zu suchen ihre daten auf meinen speicher chips wir müssen sie finden mitten im schneesturm mein geld auch wirklich verdienen was mein name ist dann die röpe und ich bin bitte bario master wo wir begrüßen euch zu resident evil 6 ja willkommen gekommen am tag am tag vor weihnachten ja bevor es hier wieder richtig los geht einfach mal gedacht wir starten noch eine eine aufnahme session ja und hast du dich gerade selbst regeneriert was in resident evil 2 mit dir passiert ich habe es nicht mehr ganz im kopf aber du bist super girl ja und ich sehe meine mental ist sowas von voll ich packe mal ja eine von diesen tic tacs da rein ich weiß wird gehen jetzt habe ich 13 tic tacs du hast 13 tic tacs ich habe 9 ich habe noch drei inventarplätze frei aber ich habe auch noch ein erster hilfe spray ich habe ich habe ein grünes kraut ich habe ein grün und rotes kraut noch immer ein inventar ich habe fünf blendgranaten dann noch eine blendgranate ich habe 148 munition also weiß nicht wieder 158 148 ich habe 189 und vier magnum schuss ja ich auch 12 ja gut okay davon habe ich 9 9 ja was ist was ist denn überhaupt passiert also das was ich noch weiß ist wir sind mit dem hubschrauber abgestürzt ja jetzt sind wir aber diesmal nicht nur auf meine verantwortung es war jemand anderen ich könnte einfach mal hoch wenn du nicht dagegen hast und ich folge dich ja wir sind hier mit dem schneesturm und du hast doch einfach deine wunderigen regeneriert ja ich wünsche dafür auch ein gameplay element wenn ich mich zu heilen könnte dann suchen die daten wie du suchst so wie mit 4 7 für einen kampf automatisch ein grundes kraut ja wir haben eine karte sehe ich gerade wir haben oh mein gott wir haben ja wirklich die karte das ist mir jetzt erst aufgefallen hatten wir schon immer die karte ich war wohl gerade sagt in der christorie hatten wir keine und ich und was was sie denn da meine augen ein kopf eine waffe ein scharf jetzt im gewehr man schafft hat sich jetzt positionen wenn es meine kiste um und fast ich liebe schaffte um eine kiste da oben war die kiste ja dachte da oben drauf war war nur dieses grüne kraut kurz bevor wir da runter gesprungen sind ich hätte da nur fähigkeitspunkte da könnte es mir vielleicht sein dass wir jetzt die karte haben weil weil ich ein schneesturm herrschung dass wir uns sonst verlaufen würden ja weiß nicht wenn ich nicht aufnehmen kann ich muss ja meine beiden kräuter verbinden ja ich habe position gefunden und du wirst du wirst gleich sehen wovon ich rede weil das das bild wird gleich richtig hell ja war bei mir gerade kurze ja da ist ja wenn ich denke denke dass ich weiß dass es könnte nächste code und ich dachte ich hätte jetzt ehrlich gesagt dass es während gegner ja 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 gedacht die frage ist nur wie kommen wir dahin bist du eigentlich da bist du sehe ich die karte ja wir sollten jetzt vor allen dingen auf der hohe zeit ich glaube hoffe dass ich hier sogar einige gegner verstecken könnten ja guck mal hier das sind ja ich meine elektro schocker schon mal bereit gehalten ich werde neu aufladen muss das die teile schlüpfen dann hätten wir eine unschütte situation und just in diesem moment sind sie rausgeschnitten das hat sich irgendwie falsch angehört findest du nicht ach warte ich sehe fast gar nicht in diesem schneesturm ja da habe ich gerade oder geholt ich dachte jetzt hier ich dachte erst so das erste war was man jetzt eigentlich erstmal wieder wachen muss steuerung herausfinden ach aber meinst du das geht ja noch ein bisschen soweit weg nur ich gucke nur ja was hier ist wenn sich dann davon also mal kommen wir sagen gewalt der turm oder so ja von dort sind wir doch gekommen ja wir sind von da unten gekommen ich sehe da noch einen roten punkt das heißt da hat da ist noch ein code ich sag mal als andere erkunden bevor wir weitergehen weiß was wir verpassen ich glaube das ist ich glaube das ist in dieser situation gar nicht mal so so wichtig wenn wir was zu passen man kann platz haben auch mal raus so jetzt nicht mehr ja da kommen wir ja später hin wir müssen erst mal die daten finden und oh mein gott wird dieser schnee es ist so fucking hell das ist helles licht das tut ihr den augen weh na ihr wurdet gewarnt schlimmste fein eines gamers er ist nicht ja sonnenstrahl sonnenstrahlen sind nicht mal das schlimmste wenn das helle licht direkt in deiner augen scheint du wirst da erstens hast du hast einen ganz anderen da ganz anderen sinnes wandel davon weil es dich halt viel stärker blendet und zum anderen bist dadurch auch noch schläflich wir brauchen ich glaube nicht dass wir da doch wir kommen da einfach so hin der war an der war meint hier geht es nicht weiter ich sehe fast es wäre natürlich sehr viel besser werden wenn der stehsturm einfach aufhören würde ich werde geschossen hilfe ich werde geschossen hat gerade jemand auf mich geschossen ich sammle am besten jetzt mal eben einfach die aber das ist okay ich habe speichereinheit b oder zu fassen und damit war gegner ehrlich was sie erledigt ja ich bin ja wir können wir können auch hier wieder zurück ich habe auch ein elektro schocker weil das noch einer vorsicht vorsicht da kommt kommt raus ein vogel es wurde schön ich sehe ihn auch nicht wirklich wirklich mit dem stehsturm und jetzt hinbekommen glaube ich habe eingesammelt 2000 so viel wir sollten uns echt nicht aus den augen verlieren wir können uns hier echt verirren ich war da uns nur vor und ich werde es bei den blendkanaten nutzen weil ich habe zu viele von den scheiß teilen ich entschuldige mich schon mal für die kleine blendung solcher mit länder aber das ist ein scharf schütze ja sagt es sind sogar noch mehr mein fuß in der gesicht im fernsehen da kann ich leider nicht benutzen ja ich habe gerade einfach mal 2 2 gehe ich da mit einem fußdruck besiegt nacheinander auch gezeichnet ich bin jack biola ich bin nicht größer für elsen ok und du hast mich gehalten ich bin ich genau ich weiß was genug ich tritte in den rücken wenn da gerade gefilten ins knie ins knie sprint angriff das kann ich auch machen das ist ja cool ich habe hinterlassen so viel ja ich hätte auch natürlich auch darauf schießen können da steht da steht gas drauf mal sehen sehen was passiert wenn man das anschießt was hier oben ist denn überhaupt nicht ich bin ja hochgeklettert schafft jetzt sagt man schafft das gewähr hier ich finde ich scharf schützen gewerb klasse ich weiß das zu schätzen man auch über sie ist ja sie ist ja warte ab bis der noch mal hochgeklettert kommt das ist der älteste trick überhaupt wenn du es auch machen bei dem hat funktioniert keine sorge ich helfe ich muss sagen bei mir hat es mehr spaß gemacht jetzt werde ich dich weg okay wir sagen jetzt mal so langsam vorankommen weil sonst wären wir die fertig weil ich mal gucken was da oben ist ich habe in der nähe ist auch ein schlüssel irgendwo ich habe nicht so das gefühl dass die unendlich spawnen ja ja habe ich auch gefühl so ich einmal werfen reicht nicht dann wäre ich dich eben noch ein zweites mal hier oben ist da war so gerade ja ja macht das machen kann man nicht mehr ich habe ich habe mal hier spaß mit dem ihr das gesicht jetzt nicht der wollte sich gerade verwandeln was ist da ich will irgendwo runter gerutscht da gott wo bin ich jetzt ich glaube ich mir ein bisschen weiter von jetzt entfernt wieder ich sehe ich da hinten ja ich bin irgendwo runter da war rotes kraut irgendwo aber ich konnte nicht einsam weil ich da vorbeigutscht bin okay ich versuche irgendwie zu kommen ja ich auch ich war noch mal rutschen ich habe aber zurück zum einsamen irgendwo ich bin irgendwo runter gerutscht ich möchte auch spaß haben aber erst mal wo ich ein bisschen platz also kommt es irgendwo noch ein rotes kraut geben würde ich war ich glaube da war es kraut als da vorbeigerutscht bin ich drück am fahrrad ich drück am fahrrad der grün ist man hat ja ich habe auch ich habe ich habe beide kräuter erwischt auch mal schaden davon bekommt aber es ist so so viel zu viel zu wenig zeit ja es ist ja bereits in an evil open world oh gott oh gott oh gott oh gott oh jetzt comes this next resident even if you should be with no word speed resident evil breath of the wild oh yeah resident resident evil tears of the kingdom next resident resident evil confirm wir haben euch durch schaut capcom wir wollen mal nicht übertreiben es gibt schon so es gibt schon zwei solche deathmatch wo ist gar nichts warum nicht da gar nichts warum ist jetzt okay dann die rufe sie haben ja dann auch schon so viel blut in in sich versuchen sie sich zu beruhigen weißte rotskraut also ich habe direkt beides eingestellt warum warum legen wir uns eigentlich freiwillig immer wieder auf die fresse warum tun wir das ja schon zum fünften mal hier den weg nach oben das war zum schlüssel gehen ja kommen wir sollten sich auf die aufgabe konzentrieren ja könnte sowieso nicht einsammeln ich habe schon wieder sechs kräuter ja ich habe ich habe grün grün und grün kräuter und grün und rot noch auf standby warum hast du so viele kräuter du könntest rebecca 2.0 sein wieso in resident evil 0 konnte nur rebecca tatsächlich kräuter mischen will ich konnte das nämlich nicht dort kann man hier unterrutschen wie so glatt hier aus ich bin nicht gewillt ist herausfinden und irgendwas ist da ich sehe nicht es wäre nicht ich sehe immer noch nicht es war ein versuch wer seit moment oh das ist ein fahrzeug ob ich noch ein fahrzeug für den master ich will auch aber ich bin ja runtergerutscht weil ich überfahren habe ich glaube es ist zeit ein paar kräuter die packen wir mal hier rein damit ich will einfach da bin ich ganz wieder runter rutscht aber so mal nochmal ja vielleicht beide drauf sitzen und ich vorstelle hat er uns ein so ein ding ergeben dann kann nur einer mit fahren wieso nicht aufgefallen hier in dem hier ist das war nicht bewegen nicht bewegen nicht wir reden nicht ich rutsche ich rutsche ich rutsche ich rutsche ich drücke lieber gar nichts kannst du aufsteigen wenn wir nicht schnell aber du kurs jetzt hier durch die gegend und ich muss zu fuß weiter laufen natürlich ich bin der coolste wenn ich mich aufgefallen in meinem in dem letzten part 4 von chris ja als wir irgendwie verfolgt haben also irgendwie als irgendwie christ auf einmal fahren wollte und du am steuer war es den dreck nachdem du am steuer was gab es schon wieder ein unfall ich denke möchtest du willst du damit etwa 8 ok die die frauen gewillt mit ihrem schnee mobil hier durch die gegend außerdem ich will auch ich will auch ich will auch also wir haben ein schnee mobil meins aber um auf meine frage zurück zu kommen welche willst du einfach mal der hervorragenden fast die frage stellen ich möchte nur mal andeuten ich war ich war ja in dem fahrt auch am fahren also weil du irgendwie hat steuer angenommen aber den crash gab ja ja kann ich auch fahren wird ja aber trotzdem ich meine wenn ich immer noch sagen darf als du gefahren bist es äter entkommen ja als du bei dir auch nein da haben wir den unfall gebaut ja aber aber als ich habe ja mein schnee mobil verloren ich auch verdammt aber aber als als du gefahren fahren bis es äter entkommen und die mission war gescheitert aber wir haben keinen unfall gemacht ja aber trotzdem ich glaube wir drehen uns im kreis bin es nicht man sollte uns nicht ich glaube wir sollten nicht streiten wir sollten einfach weitergehen wir müssen ja noch hier sieht so wichtig aus sie sind zu viel hier so ein so ein schlangen abzeichen zu finden das ist das halte ich für die größte frechheit und ich bin mir sicher dass ich habe es in evil 6 wäre bestimmt so ach so ich kann hier untersteigen man müsste sich halt wirklich jetzt hier der umgebung anpassen und halt warten bis es wieder dunkel ist anstatt und zwar bevor es wieder hell wird aber da lang wenn ich an dem noch mal irgendwo eine waffe oder so verstecken glaube ich nicht wir haben schon im magnum und so also ja und wir haben das sniper ja und wir haben beide unsere schneemobile kaputt gemacht der ewigen abgrund gestürzt ich sehe da irgendwann droht es auf der karte kisten ja wir haben ja auch jetzt klappt noch mal licht da ist dann immer längst person hinterher da kommen wir da oben ich habe da ist sogar ein schlangen abzeichen oder ist dann eine spitze ist das war auch wir haben da will ich jetzt gefunden das war rein in die wärme nehme ich an warte moment sehr toll moment ich habe es umgebrochen wird sich zweimal überlegen ja genau ich sammle mal den letzten boden wenn du nichts dagegen hast oder warte lass mich erstmal hier alles einsammeln wenn ich kurz punkte äußerte es am koffer mit blendgranaten oh mein gott kann ich gar nicht gebrauchen ich sammle mal den letzten code ein ok hatte die dinge verloren hatten so ich dachte wir brauchen irgendwie um so eine tür zu öffnen oder nee jetzt müssen wir brauchen die daten über mein blut mein blut wertvoll ja im echten leben ist mein blut die giftige blöde die will keiner haben wo ist jetzt die hüte ist jetzt die frage alle unten auf der karte sieht man hat wenn du irgendwas hätten um irgendwie schnell durch die gegend zu fahren ja das wäre jetzt irgendwie ein vorteil ich meine wir hatten den lustigsten tod jetzt mittlerweile ich habe die überfahren da bin ich gut und ich habe übrigens gerade bestätigt hat wenn man zu lange irgendwie am bohlen liegt man wird dann irgendwann wieder erlebt ja ich meine du hattest halt gelönt das hat keine gegner da waren zeit zum rutschen stelle bevor jetzt würde man zu dazu weit rutschen dann fliegt man den abgrund und man ist tot kann ja rutschen ich meine ich habe nichts gegen winter level aber ich will für dieses ist richtig cool ja ja vor allem mit den möglichkeiten die man hier hat ja neues so ich aber gerne mal was reingehen wenn du wirst du immer dahin kommt da waren wir ja schon war nicht dieses gitter hier laut karte das war hier lang also ja man hat ja dieses ding ich verkehse immer ja wie gut dass ich es nicht vergessen habe was wäre wenn du mich nicht hättest hättest du viel länger überlegen müssen ich bin passend angezogen für dieses wetter ich habe so einen schönen lüpsche pelzjacke an so eine pelzjacke hält nicht ewig warm aber ich glaube ich war ich weiß wovon ich rede was mit dir du hast und so ein hemd an oder ich habe auch so eine fette jacke an das mehr reiner ein paar marschmelos essen ja ja gegen paar marschmelos hätte ich jetzt echt nichts da hätte ich jetzt echt nichts gegen die probiert müssen nicht mal nicht mal über dem feuer gerüstet sein würde ich auch so futtern ich hole hilfe der treffpunkt kann nicht mehr weit sein warte tz zu hallo 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 ich bleibe hier und schild hm 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 na war das schon immer so das mit dem heilen mein vater war wissenschaftler er arbeitete an bovs als der unfall geschah zum glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem impfstoff behandelt aber der virus reagierte und passte sich wohl an seitdem ist er ein teil von mir was wurde aus deinem vater seine arbeit war sein tod als er dann starb war war sein körper so stark mutiert er war kaum zu erkennen tut mir leid ich ich wollte ich wollte dir nicht schon okay außerdem hat es ja auch zu etwas gutem geführt ja du hast superkräfte das meinte ich nicht die leute die leute die mich gerettet haben die leute die mich gerettet haben leon und claire sind die besten freunde die ich je hatte claire ist die schwester dieses bsaa team ne sie riskierten ihr leben für mich in raccoon city ich versuche wohl immer noch so zu werden wie sie und gebe nie auf egal wie schlecht es steht apropos schlechte chance könnte jetzt waren unseren romantischen moment zu sterben ich wollte gerade fragen wann kam dieser moment wo du das sagen würdest ich werde euch mal wie gesagt falls es doch gerade raus gehört hast das war gerade eine anspielung an resident evil 2 gewesen ja ich bin schon gedacht ja 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 ich habe mich voll wollen geschattet mit dem ding ja 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 so viele leute ich habe die idee warte ich lasse jetzt einfach sehen hier ach so geht da bitte weg dann mache ich den hier ich habe ihn getreten so und dann lege ich hier noch was vom fenster ja warte ich mir ein bisschen reinkommen ja die kommen rein anscheinend wir haben die selbe idee ok okay ab wo wir ab und den er und den er geht mit frisch ich habe noch ich habe noch fährt warte 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 jungs 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 ich lege euch was dahin ja ich habe sie ja sie sollte heiße sein oh Mann oh Mann oh Mann Ja.